Heute gibt es ein kleines Update zu unserem Projekt in Kirchheim-Bolanden. Wie man sieht, waren wir nicht ganz untätig. Wir haben hier hinter uns die Pufferspeicher, haben jetzt etwas umdisponiert. Wir haben einen größeren Raum zur Verfügung gestellt bekommen. Und hier auf der Seite sieht man auch noch die neue Heizung, die jetzt komplett die alte Heizung ersetzt hat. Nebendran ist quasi der alte Heizraum, den wir auch schon kennengelernt haben. Wir haben uns dafür entschlossen, alles komplett in einen Raum zu legen, dass man wirklich auch hier optimal einfach mal einen Vorher-Nah-Effekt hat. Da sieht man wirklich, wie es jetzt heute aussieht. Das Kraftwerk fehlt noch, aber das kommt entsprechend auch noch und dann wird hier noch alles angelegt. Alle Löcher werden entsprechend gestopft. Aber jetzt ist der große Vorteil, sie laufen schon mit der neuen Heizung, das heißt gerade jetzt, wo die Heizperiode beginnt, und das war uns wichtig, geht der Verbrauch auf jeden Fall entsprechend schon runter. Wir wollten uns an dieser Stelle auch noch mal ganz herzlich bei den Investoren von BetterVest oder über die Plattform BetterVest bedanken. Wie man sieht, ist das Geld schon entsprechend sinnvoll investiert worden. Die Pufferspeicher sind entsprechend mit neuester Dämmung versehen. Technik läuft, das heißt jetzt wird schon gespart und entsprechend kann die Kälteperiode kommen. BetterVest.de – nachhaltig, effizient, rentabel.